Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah Ramadan in diesem Jahr wird vielleicht wie in keinem Jahr zuvor. Das gemeinschaftliche Essen oder Iftar wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Das Tarawih-Gebet in den Moscheen wird es höchstwahrscheinlich nicht geben. Aber der Gläubige versucht die Sachen positiv zu sehen. Wenn wir bedenken, dass die Gefährten des Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, den Tarawih auch so verbracht haben, dann bietet sich für uns eine einmalige Chance, Ramadan so zu verbringen wie die Gefährten des Propheten Muhammad und auch wie der Prophet Allahs Segen und Frieden auf ihm selber. Denn er hat vielleicht zweimal das Tarawih-Gebet mit den Gefährten gebetet und dann hat er zu Hause gebetet. Und die anderen Sahaba, die anderen Gefährten des Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm, haben auch zu Hause gebetet. Das heißt, sie hatten eine andere Art von Ramadan als wir heute. Wir gehen heute in die Moscheen, essen zusammen, dann beten wir das Tarawih-Gebet zusammen. Und es ist ein Ramadan mit der Gemeinschaft. Du bist ständig mit den Geschwistern in der Moschee und man stärkt sich gegenseitig. Aber diesmal haben wir die Chance, den Ramadan so zu verbringen wie die Gefährten des Propheten Muhammad, Allahs Segen und Frieden auf ihm. Indem wir zu Hause das Tarawih-Gebet beten. Das heißt nicht, dass wir keine Tarawih-Gebete mehr haben, nur weil die Moscheen geschlossen sind. Oder dass wir kein Essen mehr, kein Iftar mehr zusammen haben. Im Gegenteil. Unsere Familie ist immer noch um uns herum. Das heißt, erst einmal, dass wir mit der Familie zusammen Iftar machen können. Des Weiteren können wir die Unterrichte bzw. die Halakat, die es in den Moscheen gibt, kann man zu Hause mit seiner Familie machen. Indem man beispielsweise seine Kinder nimmt, seine Frau nimmt und mit denen man beispielsweise eine Koran-Session macht. Oder indem man täglich etwas Neues über den Koran lernt. Und das sind Sachen, die wir zu Hause praktizieren können mit unseren Liebsten. Und nicht nur das. Wir können das Tarawih-Gebet zur besten Zeit beten oder zur besseren Zeit, als es in den Moscheen gemacht wird. Das Tarawih-Gebet in den Moscheen wird direkt nach dem Isha-Gebet gebetet. Aber die beste Zeit ist tatsächlich im letzten Drittel der Nacht. Und das können wir praktizieren. Darüber hinaus können wir die Einfachheit der Sahaba nachahmen in diesem Ramadan. Lasst uns den Geist des Ramadan wiederentdecken, den die Sahaba zur damaligen Zeit gelebt haben. Lasst uns diesen Geist des Ramadan spüren. Beziehungsweise lasst uns die Stimmung des Ramadan fühlen, den die Sahaba gefühlt haben. Des Weiteren sehen wir, wie wir diese ganzen Gaben, die uns Allah gegeben hat, als normal ansehen. Dass wir den Ramadan mit unseren Geschwistern in der Moschee verbringen dürfen. Das gemeinsame Essen in der Moschee und so weiter. Das alles sehen wir als ganz selbstverständlich an. Nachdem Allah uns diese Gnade genommen hat, sollten wir es schätzen, dass wir das alles von Allah bekommen. Wir sollten die einfachsten Dinge schätzen, die uns Allah gegeben hat. Möge Allah uns zu dankbaren Dienern machen. Der Gläubige sollte versuchen, die Dinge immer positiv zu sehen. Wir haben die Chance, den Ramadan so zu verbringen wie die Sahaba. Und die Einfachheit der Sahaba wiederzubeleben, indem wir nicht das größte Iftar haben. Sondern indem wir vielleicht mal etwas weniger essen als sonst. Sodass wir am Ende des Ramadans nicht zunehmen. Möge Allah uns schützen. Darüber hinaus haben wir die Chance, es mit unserer Familie und unseren Liebsten zu verbringen. Diesen Ramadan. Deshalb macht euch einen Plan. Nutzt die Zeit abends zusammen, indem ihr Koran Sessions macht. Indem ihr zusammen mehr über den Ramadan lernt. Über den Koran lernt. Und lasst uns das Tarawih Gebet zur besten Zeit beten. Und zwar im letzten Drittel der Nacht. Außer diejenigen, die es natürlich schwer haben mit der Arbeit. Die beten es dann einfach wie sonst. Nach dem Isha Gebet. Und zu guter Letzt. Lasst uns nicht vergessen, was Allah uns vergisst. Gnaden gegeben hat. Lasst uns versuchen, die einfachsten Gnaden, die wir haben, zu schätzen. Sodass wir dankbare Diener werden. Möge Allah uns den Ramadan erreichen lassen. Und möge er uns den Ramadan bestmöglich ausnutzen lassen. Wasallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.